Sicher und hallöcher Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire on Long Macking D.I.C. Speciale. Oh, seh nicht, so. Ah, eigentlich können wir mal das Dorf hier besuchen mit Scrum und Livia. Machen wir so Livia. Also, ganz unter Freunden, denkt ihr, ihr werdet gewinnen? Dann habe ich alle meine Ersparnisse auf euch gesetzt. Also, soll ich das Signal an der Waage sein? Nehmen die so ein Zermalm, die Sebastian. Eine Eisenlanze, ja, damit werde ich sie alle vernichten. Damit, aber damit sicher werde ich sie alle in den Boden rammen. Wohl eher nicht. So, Mavsamele kümmert sich... Die kümmert sich... Ja, gut. Ich muss mich an diese Hoffnung klammern. Lasst uns... Ach, keine Ahnung. Tiki, wird die geht zum Mavren. Verwandlung! Manaketen Power! Worms! Es endete, wie es wohl enden wollte. Kämpft für den Frieden, bitte. Down! Marita. Die greift den Mond an, aber die trifft ja eh nicht. Bam! Er genutzt. Mutter, nächstes Mal. Oder ist das ein Kerl? Ich weiß es immer nicht, aber ich glaube, das war eine Frau. Das war eine Frau. Geht nach Hause. Ihr habt hier nichts mehr verloren. Wow. Der besetzt in den Meisterbogen keine Critchions. Ich muss so viel Glück haben. Und tschüss. Ich muss weg. Ich bin nicht zu stolz, um meine Niederlage einzugestehen. So, dann waren es noch 28. Tiki gegen Tiki, das ist das. Gib auf, wenn du das ich. Du kannst einfach nicht stärker sein. Aber ich muss gewinnen. Ich kann nicht wieder allein sein. Oh. Kämpfe sie gegen... Beide Gegennahmer. Bam. Und BAM! Und lieber Parf, es tut mir leid. Ja, Tiki gegen Tiki. Und Drachen ist dann bloß verbrochen. Klar. Aber ich habe noch einen. Ihr wagt es mir zu trotzen. Das wäre ein schöner Spaß. Ja, mach mal mit deinem Goetheer. Was eigentlich eine ziemlich geile Waffe ist. Boom. Boom. Hey, ein zeitweiliger Reckschritt. Der Typ ist richtig creepy. Richtig creepy. Alles rapierlos. Was erhofft ihr euch davon, in einer fremden Welt zu kämpfen? Ähm... Dich zu richtig zu zerlöbeln. Boom. Boom. Zerlegt. Ihr habt mich besiegt. Das ist etwas an... Das ist etwas an euch. Hinter euren Handlungen steckt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit! Ah, Moment. So, der da geht auf Viri und hätte ich auch nicht erwarten können. Wir werden von nichts zurückweichen. Come on! Selbst wenn du triffst, Viri, dann kann ich ja nach immer noch nutzen. Viri macht echt gute Figuren hier. Die jetzt hier. Da unten wie Noey im Garten ist. Da unten die ganze Abelsabflügen. Gut, es ist Noey. Noey ist... Noey ist umhä. Aber da ist immer ein bisschen Unterstützung dazu, dass es mal so schneller geht. Im Namen der Freikling von Fianna werde ich euch vernichten. Ich kann auch kämpfen. Tschüss. Ich konnte dich verlieren. Ich hätte hätte trainieren sollen. Wie habt ihr dieses Exisos triggert? Ich finde das so nice. Wie gut trefft ihr denn sie eigentlich? 18%? Wie gut treffst du sie? Das ist die größere Frage. Das ist 71%. Aber er ist halt ein Garner. Woher kommst du denn? Kommst du gerade an sie ran? Da würde ich so mal fast sagen... Nehmen wir hier... Ja... Gehen wir mit ihr... Nehmen wir das Feld. Nehmen wir Krumm nach vorne. Aber Noey macht das sowieso. Die soll sich hier rum kümmern. Und hier... Mal die restliche Truppe mal ein bisschen ragen lassen. Tut mir leid, mein Freund. Aber eine Mietklinge ist nur so gut wie ihre Klinge. Erstmal ist auch Mietklinge. Du bist bereit? Noch eine! Ah, das wird beim... meinem Ruf schaden. Ich kann jetzt rüber laufen? Lol. Ja, die machen mit dem Flieger schaden. Ich mag einfach, wie der weibliche Taktiker im Schwert kämpft. Ihr wollt mit mir kämpfen? Ich hoffe, ihr fangt gerne Pfeile. Time to tip the scales! Bam! Ah, ganz schön stark. Hätten wir nur auf derselben Seite gekämpft. Jupp. Hätte dir mal. Wayne! Da war das Nächste dran. Gegen Legionen. Oh, der war doch was für ein Noey. Können auch ganze Legionen besiegen. Kämpfe es und noch mehr Kämpfe es. Heute, morgens und immer's. Hui! Ja. Wayne, bitte. Danke, Nora. Kampfes. Noch mehr Kampfes. Hui! Der Typ hat so ne Macke. Äh, Linfang war noch nicht dran. Dann lass du ihn mal mit der Axt ein bisschen wüten. Ihr müsst eure Gründe haben, aber wir werden dieses Land nicht aufgeben. Ich mag einfach was awkward. Das sieht irgendwie cool aus. Also irgendwie freundlich. Also, keine Ahnung. So wie der nette Mann von nebenan. Okay. Nächstes Mal treffen wir uns hoffentlich als Verbindete. Generell die alten Abgründe. Ich finde manche davon sieht richtig gut aus. Das von Lüle zum Beispiel nicht. Oh, den Buch Nagas. Sollte sie doch bitte... Das soll sie so bitte sterben, weil das... Mag das Buch nicht. Gegen mich. Tretet beiseite. Äh, am besten trittst du es, weil du stirbst. Boom, weil du sie nach Kredit. Boom, back. Macht weiter. Wenn ihr das rechte Ziel verfolgt... Ne, ich verfolge das linke Ziel. Ja, okay. Der war schlecht. Aeroga gegen diesen Julius. Ihr Fremden kämpft gut, aber die Zeit für das Spielchen ist nun vorbei. Checkmate. Und Crate weg. Ich werde zurückkehren. Verlasst euch darauf. Meines Wegen, meines Wegen. Ihr werdet trotzdem vernichten. So, und oberhin, du kümmerst dich noch... Können wir durch unsere Bemühungen wirklich das Land retten? Scheint so. Oder auch nicht. So Ende ist es also. Dies Schicksal. Jo, tschüss Salif. Der Gipflug ist erreicht. Ich bin vollständig. Oh, woher hin? Jetzt soll ich noch Resistenz kriegen können. Können wir nochmal hier oben weiter um die Truppen? Äh, nämlich... Der Weik darf auch was machen. Der Axt stimmt ja dann. Arzt. Spezialisten. Was für ein Narr, würde er sagen, sich meiner Magie zu stellen. Äh, jemand, dem das scheißegal ist, weil er dich eh wegschießt. Das ist genug, Backtalk. Ich habe dich. Boah, hat er immer besiegt? Das ist unmöglich. Oh nein, das ist nichts. Hast du ja gar gesehen, dass du einfach zerlegt wurdest. Virion. Boom. 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 Ich werde mein Bestes geben. Bringt es zu Ende, Freunde. So, dann noch Palne. Also, die kann sich eh nicht wehren. Das ist nur noch einfache Heiderin. Also, würde ich sagen, dort Palne lassen wir machen. Wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann tut ihr es mit Anstand. Okay. Danke, Callum. Ich kämpfte mit allem, was ich hatte. Ich bereue nichts. Soll mir recht sein. So, Tiki unterstützt unten weiter. Äh. Dieser Kampf könnte jetzt enden, wenn ihr einfach gehen würdet. Doch ich sehe schon, ihr werdet hier bleiben. Keine Ahnung, gegen sowas. Ich drifte es mal zu schnell weg. Drifft auf jeden Fall nicht. Wendet einfach viel zu schnell. Ihr habt eine lange Reise auf euch genommen, nur um den Tor zu finden. Äh. Wayne, ausweichen. Nice. So, wen haben wir denn noch? Du noch. Ihr werdet den Tag verfluchen, indem ihr den Zorn des Sir Wayne geweckt habt. Heute werden die heiligen Kräfte aus den Legenden euch... Wollt ihr euch... Wollt ihr euch oder mich überzeugen? Erhebt eure Waffe. Wartet noch nicht. Ich muss mich erst noch aufwärmen. Oh, Wayne. Das Gespräch kannte ich, aber es ist genial. Eure Welt hat starke Krieger, wenn sie in meinem Schwert standhalten können. Das hat nicht mal schade gemacht. Ich glaube, ich habe das auch nicht mal getroffen. Wieso seid ihr hier, Krieger? Vermisst ihr eure eigene Welt? Äh, zu spät haben wir schon gemacht. Nein. Der ist auch fast, Hattie. Da, nochmal ein Crit hinterher. Die Winde sind euch wohlgesonnen. Vielleicht schätzen wir euch falsch ein. Ja, wenn ich Windmagie benutze... Ahaha. Nein. Okay. Mal Spaß beiseite. Puh, hier müssen wir jetzt sogar schon auf Kinder einprügeln. Ich bin kein Kind. Ich bin eine Naturgewalt. Oh, schön. Schön. Das ist leider wahr. Also leider für sie. Ich werde dich krassieren. Boom. Das Gespräch kann ich nicht, aber es ist cool. Mark, den falschen Feind herausgefordert. Ja. Die hat dich nämlich übelst zerpflügt. Kinder einprügeln. Ich bin kein Kind für Naturgewalt. Das ist schön. In das Gewürm. Leute wie euch, mache ich dem Erdboden gleich. Du redest immer Noe. Noe macht mich dem Erdboden gleich. Noe macht dich dem Erdboden gleich. Irgendwas mit Candy. Dann soll es so sein. Ihr könnt euren Weg fortsetzen. Noe macht das so oder so. Du kannst Noe nicht bezwingen. Noe ist unbeatable. Geht zurück in die Welt, dass ihr gekommen seid. Wie? Das könnte wehtun. Aua. Bam. Bam. Wie konnte ich nur versagen? Ich verfolge ein nobles Ziel. Also nebenbei. Gibt es da eine Hanelfallchen sogar? Das ist unsere Welt. Nicht eure. Und trotzdem stirbst du. But. Boom. Ich habe versagt. Aber ich werde stärker zurückkommen. Äh. Ach, da war ich schon los zu brauchen. Schade. Also überzeugen, wenn es so ist, ist ungebrochen. Ihr werdet hier nichts erreichen. Los, Noe. Nichts erreichen. Tja, da bin ich lache. Geht klar live. Wieso tun sie das? Weil sie es können. Werden wir denn noch? Oh, ihr rennt aber alle ins Verderben, ne? Das macht ihr gerne. Ich darf nicht versagen. Es gibt zu viel, dass ich beschützen muss. Oh, Siegurt sogar persönlich. Kann ich gar nicht in der Szene legen und ihn einfach in Ruhe beim Sterben zu sehen, weil im Moment Mary wreckt sie einfach alle. Oh. War ich ein bisschen voll ab. Noe hat das überlebt. Ja, er hat das überlebt. Ihr denkt, ihr könnt jetzt einfach so davonkommen. Wie amüsant. Und der macht auch Schaden. Das hat aber eine Verkältung. Das macht mir nichts. Zack, zack. Astra. Das ist dein Ende. Noe, Wayne. So stark hätte ich euch nicht für eingeschätzt. Das unterschätzt dein Feind niemals. Ich werde weiterkämpfen, solange mich mein Bruder und die anderen brauchen. Ja, du bist ein One-Shot für Noe. Na gut, das ist jetzt eigentlich nichts, was ein Heini sein müsste. Vieles ist ein One-Shot für Noe. Solange man nie lange meinen Bruder in den Sieg bringt. Nope. Ich weiß nicht, wer dein Bruder ist, aber ich vermute, er ist schon lange tot. Jawohl, ich bin besser. Noe kriegt noch ein Level-Up. Das ist unser Land. Verschwindet. Ähm, how about nope. Voron. Whams. War das richtig? Sind wir im Recht? Ich glaube nichts. Oh, das ist ein Kerl. Klasse-Waffen-LB-Reich-Bögen. Nice. Und so. Die heilt noch. Oh, die blöde Kuh heilt noch. Ich packe es nicht. Die heilt noch. Oder die heilt noch? Geht das überhaupt? Das war's überhaupt. Was ist jetzt bei den Lebensrauber? Ich denke, wir haben schon über den Lebensrauber. Aber, ähm, Ding, Olivia, mach mal. Weil kommt denn überhaupt noch ran an den anderen? So ist es gar nicht vorgelegt, was sie oder ich frage mich, ob ich noch eine andere herankommt. Natürlich nicht. Gaios würde. Ich hab die Bewegungsmuss 1, die geil aus hat, aber Gaios würde rankommen. Ich glaube, wir haben sie langsam ein, so. Also, wir haben ja nicht mehr gegen uns. Du nimmst das Amazzo und tötest sie einfach One-Shot. Oder aus dreimal Astral, denk das auf. Boom. So stark erinnert mich an... An wen denn? Eigentlich auch egal. So, Frederick, du darfst auch nochmal. Mit der Axt, genau. Gib ihm seine Lanze. Farewell. Ich finde sogar, wie der, wie er, wie man Ritter im Mond einsetzt, wie er so durchbohrt. Und tschüss. Verflucht, ihr werdet dafür zahlen, dass ihr mich herausgewordert habt. Du bist tot. Niemand wird dafür mehr bezahlen. So, hab ich ihn wieder heinkommen? Ich sollte Heiler mitnehmen. Schieeeesh. Den Fehler mache ich immer und immer wieder. Ach, wie schön ist es, sich mit den Leuten zu halten. So vieles hat sich verändert. Schön. Du kannst dich doch auch noch besuchen. Günstige Götter, komm, Alistair Garten her. Unser Leben war so friedlich. Seid ihr auf der, auf der anderen Seite? Seid ihr? Gut, dann nehmt das. Gut, dann nehmt das. Nimmst den Tag euren Streit woanders aus. Und Silberschwerd. Du meinst, das ist die Eisenlande von dem anderen Kerl. So, da muss ich noch einen Zug warten. So, aber das machen. Keine Ahnung. Dann darf irgendwie sein Geil auf. Bitte geht in eure Heimat zurück. Der Kampf wird nur schlimmer werden. Keine Sorge, der Kampf ist fast vorbei. Und du wirst jetzt sterben. Rücktschüss. Wieso habt ihr eure Stärke nicht vieler stark gegen andere eingesetzt? Aber doch, für Rasputamus, der gute Raspi, der der Beste. Äh, ja, oder auch nicht. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es gab so verdammt viele von ihnen. Es war gewiss nicht einfach, mein Herr. Doch welche Schlacht ist das schon? Hoffentlich konnten wir für Frieden sorgen. Genug mit dem Blut vergießen. Ich stimme euch von ganzem Herzen zu. Chrom, sieh mal, das ist, was ich gefunden habe. Eine weitere Karte? Mal sehen. Saliv, Nachkomme des Lichts. Hm, Saliv ist in den Sagen der Jukdraliten recht bekannt. Werden wir nicht in die Halbzehnte lang ein Kampflicht aus dem Kontinent? Anscheinend sind wir hier auf einen wahren Schatz gestoßen. Ich unterwerfe mich eurer Stärke, meine Dame. Noch nie sah ich eine einzelne Person eine solch mächtige Armee anführen. Mein Name ist Saliv. Wisst ihr, wer ich bin? Ähm, nein. Ich wurde in Jukdral als Sohn von Herzog Sigurd von Celfi geboren. Oder Celfi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich stamme von Baldur, dem Kreuzritter und dem heiligen Hain ab. Ich will meinen verstorbenen Vater rechnen, der in der Schlacht von Belhalla gefallen ist. Ist das auf eurer Hand, das Mal? Ähm, nein, das ist, äh, mal mit dem Kugelschrauber hingemalt. Der weiß, dass ihr von den Drachen unserer, unseren Göttern in alten Zeiten abstand. Ich trage dieses Mal ebenfalls. Was? Das Blut in meinen Adern ließ mich die heilige Klinge führen, die den Sieg brachte. Doch es verdammte mich auch zu einem Leben voller Drangulieren. Besonders der Tod meines Vaters und der schreckliche Krieg mit meinem Stiefbruder. So viel Blut wurde nur des Blutes wegen vergossen. Sagt, Nora. Wenn ihr euer Mal entwerben könntet, würdet ihr es tun? Irgendwie nein. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Wie geht es genauso? Ich könnte nie einfach so das Mal aufgeben. Auch wenn ich es verfluche, verdanke ich ihm viel. Es hat mich oft gerettet. Und es steht für das Blut meiner Eltern, ein wichtiger Teil von mir. Ja, und mir konnte unser Mal ja mein Kind noch vernichten. Danke, Nora. Ich freue mich, mit euch gesprochen zu haben. Euer Mal wird euch euer Schicksal zeigen, wie es auch bei mir geschehen ist. Meiner Erfahrung nach bedeuten große Schicksale auch große Konflikte. Meine Klinge gehört euch. Wenn ihr wollt, möchte ich an eurer Seite kämpfen. Nein, wie auch bei alten DLC-Karaktären. Nein, aber wir kriegen Elite. Elite ist cool. Das verdoppelt nämlich die Erfahrungspunkte, die wir kriegen. Eine gute Fähigkeit, die ich gerne mal einsetze, um ein bisschen zu leveln. Aber deswegen im nächsten Part gehen wir zu den... Prüggeln wir uns mit dem Prüggelknaben. Da sehe ich schon ein Artwerk, das mir bekannt vorkommt. Von der netten Dame aus Power of Radiance. So, danach haben wir nicht nur noch die Raubhine und Rächer in den alten Helden-DLCs. Auf gut Deutsch. Dann haben wir noch sechs von den vergangenen Helden. Ich würde ergeben zu den anderen. Boah, mein Gott, hey, das ist ja schon eine Gegehnerei. So, noch eine Weile, ein bisschen was vor uns. Die Apotheose wird das letzte DLC sein und das wird, sagt euch, have fixed. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das anfangen werde. Aber das war es jetzt bei meinem Farben Awakening DLC Special für heute. Danke fürs Zuschauen, bis dir dann und ciao. Ciao.